Herzlich willkommen zu diesem Video-Tutorial mit dem Thema die Administrationsphase. In diesem Tutorial demonstrieren wir mit der ZEREC Software 5, wie Sie die unterschiedlichen Restaurationstypen von der Einzelzahnrestauration bis zur Implantatversorgung anlegen können. Nachdem wir unseren Patienten angelegt haben, gelangen wir automatisch zur ersten Phase, der Administrationsphase. In dieser Phase definieren wir für den jeweiligen Patientenfall den Restaurationstyp. Wir haben die Wahl zwischen einer Einzelzahnversorgung, einer Brückenrestauration und einer Implantatversorgung und starten zunächst mit dem Restaurationstyp Einzelzahn, welche bereits ausgewählt ist. Diese umfasst die Indikation Krone, Inlay bzw. Onlay und im Fall von Frontzähnen Viniere. Da die ZEREC Software während des Scans die jeweilige Indikation automatisch erkennt, bestimmen wir als nächstes den Designmodus, das Material und das Schleifgerät. Nachdem alles definiert ist, tippen wir lediglich noch auf die entsprechende Position im Zahnchema. Danach erscheinen im Fenster unter Falldetails alle festgelegten Informationen zu diesem Fall. Bei Bedarf können Sie die Angaben nochmals überarbeiten, indem Sie auf das Bleistiftsymbol klicken. Jetzt kann jede Position durch Klicken auf das Dropdown-Menü neu festgelegt werden. Abschließend tippen Sie zur Bestätigung auf das kleine Häkchen. Natürlich kann auch die komplette Restauration aus den Falldetails gelöscht werden. Hierfür tippen Sie auf das Papierkorbsymbol und bestätigen mit Ja. Unter Umständen fehlt bei Ihrem Patienten ein Zahn, aber die Lücke ist geschlossen. In diesem Fall sollte die entsprechende Position im Zahnchema als fehlend eingegeben werden, sodass die ZEREC Software auf dieser Basis einen Design-Erstvorschlag mit korrekter Morphologie berechnet. Wir fahren als nächstes mit der Anlage des Restaurationstyps Brücke fort. Zuerst bestimmen wir, um welche Art von Brückenpfeiler es sich handelt. Wir haben die Wahl zwischen einer Krone, einem Inlay oder Onlay und einem Veneer. In unserem Fall tippen wir auf Krone und wählen anschließend den Verbindertyp anatomischer Verbinder, da dieser separat individualisierbar ist. Danach bestimmen wir das Material. Jetzt erscheint unser Zahnchema, sodass wir zunächst die Pfeilerposition unserer Brücke definieren können. Im Fenster unter Falldetails erscheint jetzt ein in orange markiertes Dreieck, welches Ihnen anzeigt, dass die Brückenrestauration noch nicht vollständig definiert wurde. Das heißt in unserem Fall, dass wir als nächstes die Option Zwischenglied aktivieren und tippen auf die passende Position im Zahnchema. Die Brückenrestauration erscheint nun rechts im Fenster unter Falldetails. Falls einzelne Elemente der Brücke modifiziert werden sollten, können wir entweder auf die Position im Fenster unter Falldetails klicken oder das Element direkt im Zahnchema auswählen. Die Verbinder sind neben der Restauration mit einem schwarzen Kreis gekennzeichnet und können durch einen Einzelklick geändert werden. Der Kreis neben dem Zahnchema hat nun gewechselt und im Fenster unter Falldetails steht jetzt Verbinder durch Dringung. Ein weiterer Klick bewirkt, dass der Verbindertyp wieder wechselt. An dieser Stelle löschen wir wieder unsere Restauration und fahren mit dem Restaurationstyp Implantat fort. Auch bei diesem Restaurationstyp gibt es unterschiedliche Optionen. Wir können zwischen einer verschraubten Krone oder einem Multilayer Abutment wählen. Falls Sie sich noch nicht final entschieden haben, welche Art von Versorgung es sein wird und Sie dies erst nach Betrachten des Design-Erstvorschlags definieren möchten, sollte an dieser Stelle die Option Multilayer aktiviert werden. So können Sie mithilfe des Werkzeugs Teilen bzw. Teilung aufheben die finale Restaurationsart in der Designphase bestimmen. Diese Möglichkeit steht Ihnen nach Aktivieren der Option Verschraubte Krone nicht zur Verfügung. Wir wählen dennoch die verschraubte Variante, bestimmen den Design-Modus, das Material und anschließend den Implantat-Hersteller. Danach den Implantat-Typ und somit auch die passende T-Base. Zum Schluss legen Sie noch den Scan-Body-Typ fest. Wir wählen die Option Scan-Post, da unser Implantat subgingival platziert ist und die T-Base-Variante unter Umständen für ein eindeutiges Erfassen der Implantat-Position zu kurz sein könnte. Sobald das Zahn-Chema erscheint, legen wir unsere Implantat-Position fest. Im Fall einer Multilayer-Restauration legen Sie wie zuvor den Design-Modus, den Implantat-Hersteller als auch den Implantat-Typ fest. Allerdings muss das Material einmal für den Implantat-Aufbau als auch für die Krone bestimmt werden. Ansonsten ist die Vorgehensweise in der Administrationsphase identisch. Natürlich können mehrere oder alle Indikationen in einem Patientenfall angelegt werden. Das heißt, Sie können beispielsweise mehrere Einzelzahnversorgungen gleichzeitig im selben oder in unterschiedlichen Quadranten anlegen oder eine Krone mit einer Brückenrestauration kombinieren. Abschließend ist noch zu erwähnen, dass Sie nach vollständiger Anlage aller Restauration den virtuellen Artikulator aktivieren können. Dies bewirkt, dass die damit verbundene Dynamik für die Berechnung des Design-Erstvorschlags berücksichtigt wird. Der Wechsel zur Aufnahmephase wird durch Tippen auf die Schaltfläche Weiter am unteren Bildschirmrand durchgeführt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit Zarek. Tschüss. Danke. Vielen Dank.